Das klappt so überhaupt nicht. Das wird lustig. Da sehe ich schon viel Freude auf mich zukommen. Jetzt entscheidet er sich wieder einen Berg zu bauen, wenn ich sage ich möchte es gerne ausleveln. Hat er gerade Bock irgendwelche Berge hinzuklatschen? Aha. Na komm dann machen wir deinen scheiß Berg. Vielleicht kommst du dann auf die Idee. Guten Tag. Schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und Hallo. Willkommen zu Weiterspielen, dem Format in dem ich euch Spiele vorstelle und euch und mich frage, ob wir diese weiterspielen sollen. Heute schauen wir uns Transporter an und das beschreibt Steam wie folgt. Transporter is a modern transport sim game combining realistic simulation with indie game style old school grid environment newest features and modern transport options. Transport is a wide variety of cargo and passengers over road rail and water and create your own transport company. Acht Nutzer Rezensionen und es kam im November 23 raus von Shattered Mirror Studios. Kostet Rego der 15 Euro und wenn wir uns die Rezensionen anschauen, kriegen wir schon ein kleines Gefühl, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, wir schauen mal rein ins Spiel. Also, ich würde sagen, wir sehen uns, dass wir uns hier sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und jetzt sind wir auch schon im Spiel. Wir schauen ganz kurz in die Settings. Leider kann man die Sprache nicht ändern. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit Englisch Vorlieb nehmen. Genau, ein paar Sachen können wir da einstellen. Dann können wir auf ein neues Spiel gehen und können da etwas kreieren. Wir haben hier auf der einen Seite die Möglichkeit, zum Beispiel die Szenerie zu ändern. Also wir könnten es zum Beispiel so ein bisschen küstenähnlich machen. Das könnte ein bisschen schwieriger werden, dass wir da gescheite Städte hinkriegen. Dann könnten wir ein paar Flüsse uns gönnen oder zum Beispiel so einen Fluss, der sich da irgendwo durchzieht. In dem Fall haben wir recht Glück, dass der da am Rand ist. Ich meine, es gibt auch die Möglichkeit, dann mit Schiffen sich vorzubewegen. Also von dem her Glück immer eine Frage der Betrachtungsweise. Ja, aber sieht doch ganz lustig aus hier. Machen wir das vielleicht mal. Den Seed könnten wir auch noch random generaten. Hoppla. Das sieht hässlich aus wie die Nacht. Okay. Dann nehmen wir jetzt das, was hässlich aussieht wie die Nacht. Okay, und da sind wir auch schon. Und wir haben hier wie in Transport Fever und ich werde jetzt einfach mal das Spiel, es gibt vielerlei Spieler, die in die Richtung gehen, aber ich werde es jetzt mal mit Transport Fever vergleichen, weil das für mich so ein bisschen die Referenz ist. Das hat mir am meisten Spaß gemacht von dererlei Arten von Spielen. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, dass wir unsere Passagiere fortbewegen mittels Rail, also mittels Schienen. Dann haben wir Straßen, wir haben Schiffe, Flugzeuge haben wir noch nicht freigeschalten und wir können das Terrain dann noch anpassen. Wir haben verschiedene Städte, Hornfort zum Beispiel oder Farnhampton. Da drüben, oh, Axelander, die sind ja komplett am Arsch. Komplett abgeschieden. Und da drüben hätten wir auch noch Sunderhill. Sunder und Farnminster haben wir auch noch. Ja, das sieht doch irgendwie ganz lustig aus, die Map hier. Genau. Und neben den Städten haben wir auch noch verschiedene Fabriken. Wir haben zum Beispiel hier eine Zementfabrik. Da wird aus Sand und aus Steinen wird Zement hergestellt. Da drüben haben wir etwas, wo aus Coal und Clay dann Konstruktionsmaterialien hergestellt wird. Da haben wir Papier, das wandelt sich um in Güter. Hier haben wir generell nur die Steine, was dann halt sehr praktisch wäre für die Zementfabrik, dass man die beiden miteinander kombinieren kann. Und ja, vielerlei andere Sachen. Was ich vielleicht zuerst mal machen wollen würde, wäre Hornfort verbinden mit Farnhampton, damit die dann mal miteinander traden können. Dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich fange vielleicht einfach mal mit so einer Road an. Mach vielleicht mal so eine Large Road und dann werden wir mal was miteinander verbinden. Wo man ein bisschen aufpassen muss, sind zum Beispiel solche Konstruktionen hier. Da sollte man darauf achten, dass man da nicht baut, weil es nicht möglich ist. Ich packe mich übrigens mal ein bisschen kleiner, damit ihr auch vom Spiel dann noch ein bisschen mehr seht mit Interface und so weiter. Ich hoffe, das passt besser. So, passt. Dann bauen wir doch da mal eine Straße. Und versuchen, das miteinander zu verbinden. Spoiler, es ist sehr mühsam, was miteinander zu verbinden. Das checkt er nämlich nicht immer. Das ist bei Spieltour Transport Fieber zum Beispiel um einiges cleverer gelöst, dieses Bau-Menü. Ich habe vorher schon mal eine Aufnahme probiert und ich bin da halb verzweifelt am Bauen. Jetzt geht das da zum Glück ein bisschen besser. Genau, jetzt haben wir die beiden mal miteinander connected. Da drüben das Farnmünster. Ja, das ist dann schon ein bisschen weiter weg. So, was haben wir da noch? Genau, das brauche ich gerade nicht. Ich würde mir gerne was anschauen. Nehme ich Farnhemden. Wir sehen hier die Population. Die ist 108. Okay, ja, die Musik läuft im Hintergrund. Das sieht okay aus. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob man bei den Settings noch andere Optionen hat. Content ID Music bitte nicht. Das wäre ganz nice. Und dann haben wir da auch ein bisschen Musikuntermalung nebenbei. Genau, und wir sehen die Population mit den Gebäuden und was sie alles akzeptieren. Sie wollen Früchte, sie wollen Fleisch, sie wollen Alkohol. Okay. Jetzt wäre es natürlich auch interessant, Leute zu transportieren von A nach B, die von der einen Stadt dann in die andere Stadt fahren. Damit habe ich jetzt noch keine Erfahrung. Ich habe erst mal, bin ich schon ein Riesenfan davon, dass ich es mal geschafft habe, dass die überhaupt miteinander connected werden können. Das ist schon mal gar nicht so easy gewesen. Genau, wir können hier irgendwo das Ganze auch drehen. Das wäre nämlich super, weil dann können wir da eine Station bauen. Ich weiß nicht genau, was die Pfeile darstellen sollen. Da geht es in die Richtung und da geht es in die Richtung. Ich baue einfach mal da eine Station hin. Und dann bauen wir in Hornfeld, auch Hornfort, auch nochmal eine Station hin. Bamsteam. So. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt kommen wir dann doch zu den Linien und schauen mal, ob wir da noch etwas machen können. Traffic Light Depot. Depot wäre auch nicht schlecht, gerade im Hinblick auf die Busse, die wir dann releasen können. Bauen wir das gleich da her, weil wir da gerade einen freien Platz haben. Okay. Depot. Was haben wir denn da drinnen? Nichts. Danke Spiel. Das sieht doch mal ganz gut aus. Trailer. Diesel. Da haben wir einen Bus. Sehr schön. Der kostet uns 25.000. Das hätten wir vorher auch noch auswählen können, so Startkapital und solche Geschichten. Aber wir sind halt gleich auf Generate Map gegangen. Aber da hätten wir noch ein paar Sachen machen können. Theoretisch. Genau. Kaufen wir uns mal diesen einen Bus. Damit wir ihn haben. Und der schimmelt jetzt da drinnen rum. Jetzt können wir dann hoffentlich sagen, dass der Bus doch bitte die Linie befahren soll. Vorher müssen wir wahrscheinlich noch sagen, dass es eine Linie sein soll. Da ist jetzt die große Frage, wie wir das machen werden. Station Depot. Traffic Lights. Nee. Station Bus Stop. Stop. Bus Stop. Ja, machen wir noch dazwischen irgendwo eine Station. Da sieht man auf jeden Fall, was da alles dabei wäre. Was da für Sehenswürdigkeiten so rumlungern in der ganzen Stadt. Gefühlt jetzt nicht besonders viel. Da wird zumindest sehr, sehr wenig gehighlighted. Das heißt, so richtig spannend ist die Stadt jetzt auch nicht. Also, rename, show grid, center, station, transfer, details, upgrade. Wie kann ich euch beide miteinander verbinden? Snip. Toll wäre es, wenn das so einfach gehen würde. Da haben wir verschiedene Layer. Okay, die brauche ich gerade aktuell nicht. Gucken wir mal, was es sonst gibt. Connect Roads. Das ist zum Beispiel ganz interessant für, wenn es mal nicht so gut klappt mit dem Straßentool, dass man dann die miteinander gut verbinden kann. One-Side-Connection, okay, so ist die Einbahnstraße. Da könnte man Straßen upgraden, Freeform, verschiedene Straßenbauoptionen. Wir haben hier Brücken, wir haben Tunnel. Dann haben wir diese Connection, No Connection Point. Das wird auch nicht das Richtige sein. Die Station, Depot, Traffic Lights und Wegpunkte. Wegpunkte ist, glaube ich, stetig da, aber Wegpunkte war bei Transport Fever eigentlich nur wirklich relevant für die Wegfindung. Vor allem für Züge. Traffic Lights. Geht das schon in die City Skylines Richtung. Das ist, wenn wir da mal Traffic Lights machen, einfach weil es eine Kreuzung aus vier Straßen ist. Ich meine, es ist auch gefühlt nichts los, also ich weiß nicht, ob die überhaupt Autos besitzen oder so, ob da irgendwas passiert in der Stadt. Die Population ist noch immer auf 108, also die Buben sind auch nicht miteinander. Da ist irgendwie nichts los in der Welt. Die gehen nicht von A nach B, die gehen nicht in die Stadt zum Arbeiten und man kann die auch nicht schaffen hier. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte gerne mehr Wohnhäuser oder mehr Fabriksgebäude. Das entscheidet die Stadt und deswegen ist dieser Transport Fever Vergleich hier auch sehr naheliegend, weil man kann da selber nichts bauen und die Stadt sollte das eigentlich machen. Und Available Waiting Trains, Vehicles und Chips, genau, wir haben diesen einen Bus, wird uns auch gleich gezeigt, wenn wir da drauf klicken. Aber wie wir jetzt eine Linie bauen, das ist eine andere Frage. Und da können wir destroyen übrigens, da können wir dann die Sachen wegballern, die wir nicht mehr brauchen. Vielleicht geht es auch nicht. Kann natürlich auch sein. Ich probiere es jetzt mal über die Stops zu regeln und sag mal, ich hätte gerne hier zusätzlich einen Stopp. Na, wo machen wir den? Machen wir den da vielleicht? Da machen wir Häuschen und da drüben wollen wir dann auch nochmal ein Häuschen. Eigentlich wurscht, in welche Richtung, weil er kann ja dann auch notfalls umdrehen. Keine Ahnung, machen wir das hierher. So, jetzt haben wir da schon mal zwei Haltestellen. Vornhemden, Halt. Transfer, passenger, intercity can accept und cancel if transported. Wir haben eine Kapazität von 650 Leuten. Auch nicht schlecht, für das, dass da nur 100 Hampelmänner angeblich leben. Ich habe da noch überhaupt keinen gesehen, aber angeblich leben da ja 100 Leute. Na dann. Und ich würde jetzt halt gerne dann sagen, okay, Bus. Dann, let's go. Code storage, basic station, stop terminal, liquid bulk, loading bay. Das ist ja mehr relevant für Fabriken zum Beispiel. Ja, das Depot hat man ja auch schon. Waypoint. Wenn ich da jetzt einfach mal einen Waypoint mache. Damit die Leute auch wissen, wo es hingeht. Assets Will, Grapewine. Geil. Cool, dass bei den Waypoints irgendwas draufsteht. Irgendwelche Städte, die es gar nicht gibt. Wir fahren mal in die Richtung. Da gibt es Stadt XY. Wie Spaß. Wir sehen uns nie wieder. Ich habe mich jetzt einfach auf der Karte ein bisschen umgeschaut. Und geschaut, was wir noch so alles haben. Weil offenbar, das mit den Pussen klappt nicht. Ist vielleicht auch noch nicht integriert im Spiel. Who knows? Wer Nase. Aber auf jeden Fall, was es an Gütern gibt, ist sowas wie Früchte. Und Früchte kann man easy herstellen. Denn die braucht man nicht einfach nur offenbar transportieren. Da gibt es diese Peach Orchard. Das heißt, die Pfirsich Plantage. Und von da können wir einfach dann die Güter nehmen und hoffentlich darüber transportieren. Damit das dann auch angenommen wird. Es gäbe auch andere Produktionsketten, wie zum Beispiel. Hier kann man Öl und Sand herstellen. Da gibt es Steine. Und da könnte man dann aus Sand und Steinen Zement machen. Aber die Stadt hat auch irgendwie keinen Bock auf sowas wie Zement. Die wollen einfach nur essen. Alkohol wollen sie eventuell. Wir hätten nämlich irgendwo noch eine Raffinerie und könnten dann eventuell eine Destillerie. und können dann aus Früchten und Aluminium dann Alkohol herstellen. Bräuchte man doch Aluminium. Aluminium. Aber das ist erstmal zweitrangig. Denn das hier sollte ja auch funktionieren. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Weil auf der einen Seite ist es das mit den Höhenunterschieden immer, immer, immer sehr schwer. Dass man da eine schöne Connection schafft. Und ja, dann gucken wir mal, ob der überhaupt Güter annimmt. Und ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wie ich mir das gerade erträume, dass es klappt. Medium Road würde ich mal sagen. Und dann wollen wir doch auch noch eine Station bauen, natürlich. Nämlich Station, Truck Station, Cold Station. Truck Station, Cargo Only, Motorrad, Loading Speed, High Capacity. Bus Station brauchen wir eben nicht. Cold Station. Und die Loading Bay. Cargo Only, Very High Capacity, Terminal. Truck Bike, Cargo Only, Very Fast Loading Speed, High Capacity. Eigentlich müsste ja eine Loading Bay ausreichen. Theoretisch müsste dann... Da ist offenbar so die Resistenz. Das heißt eigentlich, wenn wir das Ganze noch geil gedreht kriegen, sollte es doch ausreichen, dass wir da... Anliefern. Genau, oder abliefern eher. Und dann brauchen wir, jetzt geht es nämlich los, jetzt brauchen wir nämlich dann die tolle Straße, die dann halt irgendwie da rüberführen sollte. Da klappt es schon mal nicht. Da klappt es auch nicht. Äh, E. E zum Drehen. Das klappt so überhaupt nicht. Ja, das wird lustig. Äh, da sehe ich schon viel Freude auf mich zukommen. Und überlege gerade so, wie das eigentlich funktionieren sollte mit der Geschichte hier. Mit dem Bauen. Ähm, ob wir das Ganze vielleicht dann lösen können über Brücken. Dass wir dann eine Brücke bauen. Nur ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt gescheit funktioniert. Weil, genau, da ist unübenes Terrain, das können wir auch nicht bauen. Okay, dann müssen wir Landscaping machen. Vielleicht kann ich dann, äh, leveln. Das wird jetzt alles sackteuer werden. Und ich muss mal gucken, ob wir das überhaupt theoretisch hinkriegen. Aber der Berg hier kann eigentlich weg, ne? Ah, oha. Was auch immer da gerade passiert. Das sieht jetzt nicht so geil aus, wie ich es gerne hätte. Da kann ich nochmal die Hate editieren. Ich möchte es eigentlich nicht größer machen, sondern ich möchte es eher anleveln. Oh Gott. Wie kann man denn so ein Tool machen, Leute? Was soll denn das? Okay, wir wollen von da unten starten, ne? Wir wollen hier starten und dann da eher so Krater reinreißen. Dann könnte man da entlangfahren. Das wäre doch eigentlich schon mal theoretisch eine Option. und auch hier natürlich, das funktioniert halt alles einwandfrei und richtig geil in, äh, sowas wie Transportfieber. Hier. Mäh. Mäh. Äh, ich bin aber natürlich, ne? Kein Meister, der da irgendwie vom Himmel gefallen ist. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr vor die Profis seid und da spielt schon in- und auswendig Gänze und sagt, ey. Ganz ehrlich, Dude, was machst denn du da? Dann schreibt es mir das rein und schreibt es aber auch, äh, wie es besser funktioniert. Dann können wir da reden. Genau. So, ich werde jetzt dann die Straße hinbauen. Das sollte ja dann funktionieren. Habe mir da jetzt eine super Connection gebaut. Und da kann ja gar nichts schief gehen. Och, come on. Dieses Baumenü. Dieses Baumenü kann schief gehen. Ja, okay. Genau. Und irgendwie müssen wir da noch runterkommen. Dann machen wir das darüber. So, mehr oder weniger. Da geht es auch wieder nicht. Warum? Was machst du daran nicht, Kollege? Gefällt dir denn daran wieder nicht? Okay, hier geht es. Warum auch immer. Man weiß es nicht. Da wäre eine, das sieht man halt noch richtig schlecht. Dadurch, dass da überall Wald ist, erkenne ich halt gerade null, wo irgendwo die Option ist, da geradeaus alles fühlen zu lassen. Müsste ich halt wiederum ein tolles, tolles Terrain-Tool zur Brust nehmen und das wollte ich eigentlich nicht bauen. Ich wollte eigentlich gerne das Terrain-Tool verwenden. Es sah vorher besser aus. Aber ich meine, wenn es funktioniert, ist es mir egal, wie es aussieht. Ja, geht natürlich nicht. Wrong Placement. Aha. Slope to steep. Wäre mir auch aufgefallen. Okay. Machen wir es anders. Wegstraße. Wäre mir editieren, so kann ich ein bisserl was anheben. Ja. Ja, 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 ja. Wir bauen wieder. Nicht drehen. Hör auf zu drehen, Kollege. Ich habe dir nie gesagt, dass du drehen sollst. So, was willst du da drehen, Alter? Sollst du doch einfach nur... Hilfe. Sollst du doch einfach nur das tun, was ich von dir möchte. Strange, ja? Da sieht man das ganz gut. Das lustige, richtig tolle Bautool, mit dem ich sehr viel Spaß habe. Jetzt kann ich es euch herzeigen und kann euch zeigen, wie großartig das funktioniert und was für ein unfassbarer Fan ich von diesem Tool bin. Das ist krass. Ich kann mich kaum zähmen und kann kaum sagen, wie geil dieses Tool dann ist. Ja. 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 Was gibt es da? Eine Wall? Ah ja, okay. Ja, wäre vielleicht auch eine Option, das Ganze einfach mit Steinen aufzufüllen. Mehr oder weniger, so Halbsteine. Da gibt es wieder Kollisionen. Ich docke da übrigens mal ein bisschen rum. Ich mache mal ganz kurz an den Cut und ich werde mal ein bisschen was umbauen. Heureka, Halleluja. Es hat dann irgendwann doch funktioniert. Dann können wir doch da mal weiterbauen. Und schauen, dass wir das Ganze irgendwie connected kriegen. Ja, okay. Ja, ne? So geht es auch. So kann auch eine Straße aussehen. Aber wir haben es. Gut, das heißt, wir haben jetzt eine Station gebaut. Eine Loading Bay. Und dann bräuchten wir eigentlich noch eine De-Loading Bay, um das Ganze dann zu storagen. Cold Storage Loading Bay. Ne. Braucht keine Loading Bay. Stop brauchen wir auch nicht. Terminal. Okay, mein, was passiert, wenn ich da jetzt einfach eine, wenn ich da in der Stadt dann die Loading Bay mache? Das bringt nichts, ne? Weil er möchte nur wohin loaden, wo er auch die Möglichkeit hat. Okay, ja, das ist ganz gut gemacht. Weg, Landscape Tour. Ich brauche dich gerade nicht. Danke, du hast mir schon genug Spaß bereitet. Cold Storage. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Cargo only. Ja, vielleicht auch nicht. Ich baue einfach noch das andere dazu und dann schauen wir uns mal den Vergleich an. Keiner. Also, wie Sie sehen, sieht alles gleich aus. Okay, wie sieht es mit dem Terminal aus? Dry Bulk. Ist das? Dry Bulk Cargo. Very fast low and high capacity. Liquid Bulk. Ich meine, Früchte sind eigentlich ja dry. Dann gibt es noch ein Transfer. Okay. Ja, das ist aber eher Truck Transfer Terminal, um es von der Straße zum Beispiel auf das Schiff zu bringen. Dafür wäre das doch eigentlich gedacht. Ja, ich scheitere daran schon. Brake, Bulk, Loading. Wie gesagt, Loading Bay passt nicht. Weil das hier, M&N war, glaube ich, das Drehen, genau. Das ist doch in meinen Augen einfach nur was, wo man aus der Fabrik rausfährt, wie im LKW, und losballert dann. Wo man dann die LKWs da drinnen hat und dann einfach rauf lädt und losfährt. Ich glaube nicht, dass das ein Storage Container ist. Müsste eigentlich anders daraus sein, so ein Container. Wo quasi einfach nur Ware gelagert wird. Und wir brauchen ja eigentlich eine Warenlagerung. Also das weg. Das hier auch weg. Das sieht ein bisschen sehr dämlich aus, aber wer weiß, vielleicht ist das ja das Richtige. Aber die Frage aller Fragen. Ist halt immer noch, wie sieht es mit der Connection aus? Da kann ich eine Connection hinzufügen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Da kann ich eine Connection hinzufügen. Nein. Wieso denn nicht? Wieso klappt denn das jetzt wieder nicht? Oh, come on, Spiel. No Connection Point. In, out. The fuck? Out an sich. An sich passt ja out. An sich passt ja in die eine Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt einen Connection Point geschaffen haben. Weil er da vorher gerade gemängelt hat und gesagt, nie kein Connection Punkt. Wenn ich da jetzt drüber scrolle, sieht es so aus, als wäre hier kein Connection Punkt. Genau. Hier auch nicht. Da drüben aber schon. Das ist das selbe Teil, nur dass wir da nochmal uns verständigen. Das hier ist ein Teil, was in rot leuchtet, also ein Feld. Auf dem Feld habe ich keine Connection und die Connection out. Und Entwickler, wisst ihr, was ihr tut? Wisst ihr, wie man Interfaces designt? Wisst ihr, wie man klare Regeln schafft? Wisst ihr, wie man Leute, Spieler unterstützt, ein Spiel zu spielen? Hallo? Offenbar nicht, oder? Okay. Da haben wir keine Connection. Kriegen wir einfach nicht hin. Na gut. Dann halt nicht. Okay. Was können wir alternativ machen? Das ganze Spiel installieren. Ich gebe ihm jetzt nochmal eine Chance. Ich probiere das jetzt nochmal auf der Seite. Vielleicht muss es ja auch irgendwie ebenerdig sein, damit er da eine richtig geile Connection baut. Kleiner Nachteil, ich muss halt dann hier jetzt mir eine richtige Rampe runterbauen, damit ich da weitermachen kann. Pflanzen hat es ab. Bäume weg. Ich muss ja auch schließlich was sehen, was ich da baue. Das würde nämlich so ab und zu helfen. Also, Medium Road. Wir bauen hier nochmal eine Road. Das sieht doch mal ganz geil aus. Das funktioniert sogar. Jetzt bin ich aber mega gespannt, ob das mit der Connection auch klappt. Nicht wahr? Bau. So. So. Connection. Weg mit dem Lanescaping Tool. Das braucht keiner mehr. Wieso geht der Connection Point nur in die Richtung? Kann der LKW, kriegt er es nicht hin, im 45 Grad Winkel hier abzufahren? Offenbar nicht. Gut. Auch egal. Wir basteln ja gerne herum. Na. Also. Nutzen wir doch unser super tolles, mega Lieblingstool. Bau, die Straße. Wieso? Da wieder, da wieder, wieder die Straße nicht bauen. Okay. Klar. Sieht man auch eindeutig. Ist eindeutig erkennbar, warum er da nicht die Straße bauen möchte. Klar. Jetzt entscheidet er sich wieder einen Berg zu bauen. Wenn ich sage, ich möchte es gerne ausleveln. Hat er gerade Bock, irgendwelche Berge hinzuklatschen? Aha. Na komm, dann machen wir deinen scheiß Berg. Vielleicht kommst du dann auf die Idee. Okay. Entwickler? Wenn man ein Terraforming-Tool drinnen hat, dann wäre cool, wenn das heißen würde, hochleveln, runterleveln, erhöhen und senken, nicht einfach nur editieren und leveln. Wie lange haben wir schon? Eine halbe Stunde, okay. Ist, glaube ich, genug, oder? Ich glaube, das ist genug. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr weiterspielen. Ah ja, genau. Schauen wir übrigens nochmal zurück zu unserer tollen Stadt. Und guck mal, wie toll sie sich entwickelt hat, jetzt wo sie ja schon seit Jahren eine Connection hier hat zu Hornfort. Und geh weg, Terraforming-Tool. 108 Einwohner. Ach, dasselbe wie vor zehn Jahren. Cool. Liebe Leute, das war's mit Weiterspielen, dem Format, den ich euch Spiele vorstelle und euch und mich frage, warum er gerade nicht mal mehr das Bild zeigen möchte. Gut, das soll es gewesen sein. Werde ich dieses Spiel weiterspielen, findet es selbst raus. Jetzt kommen wir noch zu meiner Benotung. Ich würde sagen, nur eins. Ihr setzt dran. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich bin raus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für den Key an den Entwickler natürlich. Ja, und danke für das Weiterspiel-Thema-Format, in dem ich euch Spiele vorstelle und euch und mich frage, ob ich diese weiterspielen soll. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.